Ein neuer Stall, jede Menge Aufgaben und ein neues Pferd zieht heute ein. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Frühlingsritt. Ich bin wieder zurück bei Bella und habe meine Bella, also unser Bella Pferdchen hier, noch versorgt. Ihr geht es wieder ganz gut, bis auf die Tatsache, dass sie Hunger hat, aber ich habe nicht so viel Futter. So, gut gemacht, prima. Nach jeder undichten Stelle, die du repariert hast, wurde das Öl weniger und jetzt ist alles dicht. Nun bleibt uns nur noch die schwierige Reinigungsarbeit. Jetzt, wo kein Öl mehr ausläuft, können wir endlich mit den Säuberungsarbeiten beginnen. Nimm das hier und schöpfe damit den Ölfilm ab, der auf dem Wasser schwimmt. Sag mir Bescheid, wenn alles sauber ist. Hey, ich dachte, das wollen Sie schon machen. Jetzt glaube ich spinnen. Der Witz ist ja, dass wir dafür nicht mal was kriegen. Ja, natürlich, das ist eine, 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 irgendeine auch, ähm, freiwillige Arbeit, aber, ähm, man. So, können wir mit Bella ins Wasser? Ja, wir können mit Bella ins Wasser. So, Reinigungsarbeiten, wo es schwimmt denn? Da hinten schwimmen die nächsten Ölteppiche. Aber die schillern doch so schön. Oh, guck mal hier, wie wir am Schwimmen sind. Hoppalei, jetzt bin ich mit der Hand gegen euch gekommen, habe ich euch gehauen hier. Ich habe Juck an der Schulter. Warum habe ich Juck an der Schulter? So. Ach nee, guck, da hinten ist ja direkt der Nächste. Da hinten. Da ist noch eine und... Irgendwo hier direkt. Da hinten. Okay, ich dachte, das wäre ein bisschen, ähm... Ich dachte, das wäre ein bisschen weiter weg. Äh, näher dran. Genau das Gegenteil. So, zack. Säuberung gefüllt. Die Purchase abgeschlossen, Leute. So, jetzt geht's zurück. Jetzt wird's doch schon langsam dunkel. Jetzt können wir eigentlich nochmal übernachten gleich. Damit der nächste Tag beginnt. Hm, und dann haben wir noch eine Aufgabe. Ist die oben bei dem Stall? Sieht so aus, ne? Weil die deckt sich nämlich fast mit den Dailies, die wir da oben haben. Wir könnten natürlich auch mal hier gucken, was hier für Pferde stehen, wie gut die sind. Theoretisch ist es eigentlich wurscht. Also wir können auch mit Bella alles machen, aber ein schnelleres Pferd wäre schon schön. Gut gemacht. Okay, gut. Das ist alles, was sie sagt. Mehr hat sie uns nicht mehr zu sagen. Ähm. Ja, hier guck, er hat die nächste Quest für uns. Hi Dina, ich hab hier etwas heißen Kaffee. Könntest du dir bitte Bella auch bringen, die unten am Strand so hart arbeitet? Okay, dann müssen wir nochmal kurz zurück. Machen wir doch glatt. Kaffee am Abend. Seid ihr Kaffeetrinker? Und wenn ja, trinkt ihr auch Kaffee am Abend oder lieber morgens? Könnt ihr dann vielleicht nicht mehr schlafen? Eine Thermoskanne mit heißem Kaffee von Ronnie Bob? Das ist ja wirklich total nett von ihm. Ja, guck. So nett sind die Leute hier und ich. Ich kriege nur Erfahrungspunkte. Davon kann ich mir auch nichts kaufen, Leute. Mensch, Mensch, Mensch. So. Wir übernachten jetzt einmal kurz und speichern dabei auch direkt. Abspeichern und schlafen gehen. So. Zack. Ein wunderbarer Morgenbericht an. Ein neuer Morgen. Di, 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 di. So, striegeln, füttern, tränken. Machen wir jetzt auch nochmal eben mit. Mitgehangen, mitgefangen, Leute. Wenn ihr hier das Letztplay schaut, ne? Das gehört auch mit zum Spielen. Ist ja so. Das, ähm... Dazu gehören auch die unliebsamen Aufgaben. So, jetzt können wir einmal... Ich glaube, ich fütter... Obwohl, nee, ich fütter jetzt noch nicht. Ich hole gerade erst mal Wasser. Da ist noch der Striegel. Das ist nur da oben ein Brunnen. Oh, muss jetzt auch noch so weit laufen mit dem Eimer. Für jedes Pferd ein Liter hier. Schleppe ich gleich vier Liter runter. Ja, das kann doch nicht sein. Nee, da war doch noch... Da war doch noch ein Brunnen in der Nähe, oder nicht? Jo, da hinten links. Ganz so weit brauche ich dann doch nicht dackeln. Und die arme Bella, die wird bald ausgedauert. Arme Stiebe. Ja, wenn man die Pferde ja trainieren könnte, die man bekommt. Aber das kann man ja leider nicht. Die sind ja... Die bleiben ja so, wie sie geboren wurden. So. Und ausmisten müssen wir auch noch. Zack. Machen wir das als erstes. Hufvorskratzen musste ich gar nicht. Striegeln. Hallo, hast du keinen Hunger? Da, füttern. Und tränken. Jetzt geht's dem Pferd schon mal gut. Oh, cool. Das verpflegt auch direkt unser Pferd. Ja, dann braucht man gar kein Futter zu kaufen, Leute. Dann braucht man gar kein Futter zu kaufen. Das können wir uns dann ja auch sparen. Seien wir mal ehrlich. Weil das Futter, das ist teuer. Das mit dem Putzen, das funktioniert so nicht. Aber das Füttern und das Tränken, das hat eben so funktioniert. Ja, wie gesagt. Dann machen wir einfach jedes Mal hier Stallpflege. Zumindest mal das Füttern und Tränken. Wenn unser Pferd wurstig ist. Oder hungrig. Das ist ja mega praktisch. Das wusste ich gar nicht mehr. Richtig gut. Die, 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 die. So, noch einmal putzen. Einmal tränken, einmal füttern. Dann gucken wir jetzt gleich noch einmal ganz kurz durch, wie die Pferde hier sind. Wie gut die sind, wie schlecht die sind. Ähm. Und wie teuer die sind. 1.900. Sehr, sehr ausgeglichen. In Friese. Ja, wow. Ähm. 1.500. Oh, das ist schnell. Sella Italiano. Das ist ein schnelles Pferd. Wäre auch nicht verkehrt. Ähm. Was haben wir hier? Ein belgisches Warmblut? Nein. Kostet zwar nichts, aber ist halt auch nicht gut. Nein. Kostet noch weniger, ist noch schlechter. Und was haben wir hier hinten? Ukrainisches Reitpferd. Nee, auch nicht. Also hier, er hier. Ähm. Der wäre schon gar nicht verkehrt. Für 1.500. Wie gesagt, das ist halt ein hohes Tempo. Also speziell für den Pferdesport gezüchtet. Dank der Einkreuzung von Arbeitspferden und arabischen Blutlinien ist er sehr reaktionsschnell und extrem wendig. Besonders bewährt er sich als Dressurpferd. Guck, das wird doch sogar diesmal ziemlich gut hier reinpassen. Ähm. Ja. Also gar nicht so schlecht. Wie viel kriegen wir denn hier nochmal pro Aufgabe? 100. Guck mal, wenn wir jetzt noch zweimal Aufgaben erledigen würden, dann könnten wir theoretisch... Das Tränken, das sparen wir uns jetzt mal. Das Tränken sparen wir uns mal, denn... Ähm. Dann sparen wir uns den Umweg... äh... beim Brunnen vorbei. Und dann haben wir nämlich sogar noch ein kleines bisschen Geld übrig. Ich hoffe, ich langweile euch damit jetzt... damit jetzt nicht total. Aber wie gesagt, dann seid ihr dabei. Und dann können wir uns diese Folge noch gemeinsam ein neues Pferd kaufen. Ich hoffe, dass ihr mich nicht darüber ärgere, dass ich das dann gekauft habe. Aber ich glaube, wir müssen sowieso noch oft genug hier Aufgaben machen. Oder die Pferde versorgen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange wir hier unterwegs sind in dem Spiel. Ich weiß nicht mehr, wie viel Spielzeit das hat. Was wir noch alles machen müssen. Ich kann es euch tatsächlich nicht mehr sagen. Also es kann auch sein, wir sind gar nicht mehr so lange damit beschäftigt. Ich... Das ist halt echt... Das ist zu lang her. Dass ich das noch wüsste. Das ist zu lange her. So, das hier. Hier nochmal. Hier nochmal. Hier nochmal. Gut, und dann, wenn wir das nämlich jetzt abgeben... Der ist sehr, sehr ausgeglichen. Aber der ist halt auch nochmal teurer dadurch. Und die anderen Sachen sind jetzt, finde ich persönlich, gar nicht so wichtig. Also ja, Ausdauer ist auch schön und gut. Notfalls müssen wir halt nochmal durchziehen. Guck, und jetzt sind wir nämlich bei 1630. Jetzt können wir uns das Pferd hier kaufen. So. Jawohl. Zack. Und dann ist unser Pferd weg. Wir bleiben trotzdem einfach mal bei Bella. Dann müssen wir uns den Namen... Müssen wir uns nicht groß umorientieren. So. Hallo, neue Bella. Bist doch jetzt schon viel flotter. Ähm... Gut. Wo gehen wir als nächstes hin? Jetzt bin ich am Überlegen. Wie lange nehme ich denn schon auf? Ja, wir können schon... Wir können schon ruhig noch... Da haben wir auch noch Quests. Wir können jetzt mal Richtung Norden reiten. Kommt mir ehrlich gesagt gar nicht so viel schneller vor das Pferd. Okay, also der Stall hier bringt schon relativ viel auch für die täglichen Aufgaben. An Geld. Ähm... Ich weiß nicht mehr. Ist hier hinten auch noch ein Stall? Da ist ja noch eine Quest. Da haben wir noch eine Quest. Äh, hier. Äh, ofenfrische Brötchen. Ronny Bob Summers hat leckere Brötchen gebacken und möchte, dass du sie von, ähm... Dass du sie zu Lorna Thorn zum Stall von Bew Vista bringst. Ich weiß nicht, wie gut die Pferde da sind. Wäre jetzt natürlich schade, wenn wir da jetzt hinreiten und wir stellen fest... Boah. Hätte ich mal nicht die Pferde da genommen. Müssen wir mal schauen. Aber es kann auch sein, dass es irgendwo noch einen Stall gegeben hat, der, äh... Der noch mehr bringt für die täglichen Aufgaben. Was natürlich schön wäre. Also 100 ist auf jeden Fall schon mal gut. Aber ich meine, es hätte da noch irgendwo einen gegeben, der noch mehr bringt. Oh, mein Pferd ist vollkommen erschöpft. Stimmt. Müsste ich vielleicht mal drauf achten. Das arme Tier hier. So. Jetzt geht's aber erst mal wieder. So, da hinten ist der grüne Punkt. Der Recycling-Punkt quasi. Recyceln wir gleich die Brötchen. Oh, guck mal, hier gibt's auch nochmal ein richtiges Rennen. Keine Dressuraufgabe oder sowas. So, wir haben den Stall von Bew Vista entdeckt. Frischgebackene Brötchen. Die duften ja wundervoll. Was für Johnny Bob wohl im Schilde. Das macht er doch nicht einfach nur so. Das werden wir rausfinden müssen. Jetzt gucken wir uns erst mal noch kurz an, was hier für Pferde stehen. Ich hoffe, ich ärgere mich jetzt nicht gleich. So. Was haben wir hier? Oh, mein Gott. 6.000. Holländisches Warmblut. Volles Tempo, volle Disziplin, viel Ausdauer. Das ist jetzt gerade bitter. Ähm. Nee, das ist, der Lepizaner ist eher uninteressant, finde ich. Der hat nicht so viel Tempo. Hallo? Nee. Uninteressant. Oh ja. 4.500. Wäre auch interessant gewesen. Und was bist du für ein süßes Schimmeltier? Auch nicht schlecht. Für 2.100. Auch nicht verkehrt. Und der hier ist schon krass. Aber es sind 6.000 einfach. Das ist schon viel. Wollen wir mal gerade gucken, ob sie auch noch mal mehr Geld bringt? Hallo Dina. Schön, dich hier im Stall von View Vista zu sehen. Ich habe gehört, dass du für Jordan Jet schon viele Aufgaben erledigt hast. Sie hat mich gefragt, ob ich ihr für ihr Reitcamp meinen Reitplatz und meine Stelle vermieten würde. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen soll. Aber sollte ich mich dafür entscheiden, dann muss alles immer picobello sauber sein. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir dabei helfen würdest. Bei mir verdienst du übrigens mehr als in Rockville oder Bay Ridge. Falls du Interesse hast, schau mal am schwarzen Brett nach. Lust auf Arbeit. Wo ist denn hier das schwarze Brett? Da hinten. Was verdienen wir denn hier dann wohl? Stallkräfte gesucht. Der Stall von View Vista stellt Stallhilfen ein. Überdurchschnittliche Bezahlung. Anfallende Arbeiten, siehe schwarzes Brett. Lorna Thorn. Und wir haben ein Level Up. Ich setze jetzt hier mal wieder alle Punkte da rein. So. Lass uns das doch jetzt hier noch einmal gemeinsam machen. Und dann gucken wir mal, wie viel wir hier rausbekommen aus den vier Aufgaben. So, dann müssen wir jetzt einmal kurz rüber den Wassereimer noch holen. Sind auf jeden Fall schöne Pferde dabei. Ich hätte jetzt, also hier vorne den Fuchs, den hätte ich eigentlich gar nicht gewählt. Äh, auch wenn die sagen muss, dass, also, die anderen sind halt von den Werten her ein bisschen schlechter, aber die sind halt günstiger. Der Fuchs wäre jetzt halt auch wirklich das teuerste Pferd. Ich nehme, ich mache meinen Eimer auch nochmal voll. Der wäre jetzt halt auch wirklich das teuerste Pferd, was wir kriegen können. Aber ich gucke mal, je nachdem, wie viel wir bekommen. Stellt euch mal vor, wir bekommen hier 200 pro. Aber ich glaube ich nicht, vielleicht 500. Dann würden wir 450 kriegen pro, ähm, pro Versorgen. Das ist ja auch schon viel. Guck mal hier, warte mal. 450 pro Versorgen. 6.000 durch 450, dann müssten wir trotzdem 14 Mal, müssten wir dann die Stallarbeit machen, um uns das Pferd hier kaufen zu können. Weil da kommt 13, Periode 3 raus. Das heißt, wir müssten halt 14 Mal die Aufgaben machen, um uns das beste Pferd kaufen zu können. Weiß ich jetzt nicht, ob das notwendig ist. Ja, wir kommen schneller von A nach B. Aber ich weiß nicht, wie, 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 wie lange das Spiel überhaupt noch geht. Es wäre prinzipiell sinnig, so früh wie möglich das beste Pferd von allen zu bekommen, um, äh, Zeit zu sparen. Auf den Wegen, zwischen den Aufgaben und Orten. Aber da ich nicht mehr weiß, was uns alles erwartet, weiß ich jetzt auch nicht, ob man das jetzt so zwingend und dringend noch voll durchzieht. Müsste ich vielleicht noch mal, äh, so ein bisschen in meinem alten Let's Play lurken. Ähm, gar nicht unbedingt, was noch kommt, sondern nur, wie viel hier nach noch kommt. Damit ich es besser einschätzen kann, ob sich halt wirklich der Aufwand noch lohnen würde. So, wie gesagt, jetzt haben wir eben schon ein Pferd gekauft für 1.500. Hätte ich vielleicht besser nicht gemacht. Wäre ich vielleicht besser wirklich erstmal hier zu dem Stall hingeritten? Ich hätte mir ja denken können, ähm, dass es hier vielleicht nochmal bessere Pferde gibt. In jedem weiteren Stall gibt es bessere Pferde. So wie es scheint. Aber macht ja auch Sinn. So, jetzt hier nochmal das Letzte und dann sind wir gleich schlauer. Dann sind wir schlauer, dann wissen wir, wie viel wir bekommen. Wir haben jetzt 130 Stallpunkte. Gucken wir jetzt gleich mal, was wir haben oder was wir kriegen, wenn wir einmal das abgeben. 150 sind es. Ja, siehste, da war ich doch richtig. Gibt es auch noch einen, wo wir vielleicht wirklich tatsächlich 200 bekommen? Sind wir da? Ich weiß nicht, gab es hier oben auch noch was? Weil hier unten, hier sind noch so, hier geht es wahrscheinlich nochmal rund. Ich erinnere mich nicht mehr so recht daran. Ich erinnere mich nicht mehr so recht daran. Na gut. Ich würde mich jetzt aber für heute erstmal von euch verabschieden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hier erwarten uns beim nächsten Mal auch noch drei weitere Quests. Gucken wir mal, wer sich dahinter verbirgt, was sich dahinter verbirgt. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.